Letzter Kampf, ne nicht letzter Kampf, entschuldigung, letzter Kampf in der 69 Kilo Klasse A Kategorie. Wir haben noch drei Kämpfer auf dem Programm. Der Gegner wird gesucht, von Ratschmutz ist ja nun die Schrufe in die Rote Ecke. Von der TG Hannau Marcel Thalheimel in die Blaue Ecke, von Spirit Frankfurt, Medi Sarimera Adi. Spitz und Boxen hier in Benzheim heute Abend. Und ich bin mir sicher, das wird sich auch bei den letzten drei Paarungen fortsetzen. A Kategorie 69 Stilung ab. Wer zieht ins Finale nach Oberursel ein? Dreimal drei Minuten. Wir boxen mit zwölf Unsen Handschuhe. Zwölf Unsen beide, ja. Zwölf Unsen Handschuhe beide. Wir sind bereit, zweites Halbfinale. Ring 3 und 1. 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 Ja! Drei Kämpfer hielten zu Recht eine Verwarnung wegen Kopfschuss. Drei Kämpfer, Drei Kämpfer. Drei Kämpfer, Drei Kämpfer, Drei Kämpfer, Drei Kämpfer. Drei Kämpfer, Drei Kämpfer. Drei Kämpfer, Drei Kämpfer. Drei Kämpfer, Drei Kämpfer. Sieger in diesem Duell nach Punkten der Kämpfer aus der blauen Ecke. Medi Sane Gerardi, ein Applaus auf den Marcel Thalheimer und ein Dankeschön an ihn. Zwei Punktrichter mussten sich nach Punktabzug noch mal entscheiden. Das haben sie getan. Das Urteil geht aus unserer Sicht.